So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Pure Farming und das bin ich gerade im Belegen. Genau, wir waren ja hier wegen Gucken, wegen den Rasen und musste ich nicht eigentlich Dünger? Ja, wir müssen eigentlich Dünger fahren. Ich hoffe, näher zeigt das noch immer an. Das ist echt interessant, ne? Also wir haben die Motor repariert und alles und er zeigt trotzdem an, dass wir es reparieren müssen. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ja, macht irgendwie keinen Sinn. Aber jetzt meckert er wieder, ne? Motor muss repariert werden, aber ging ja gar nicht. Okay, war es das auch noch in Ordnung? Ich fahre zu dem anderen auch gleich mal Dünger rüber. Ja, da war auch nicht mehr nicht so voll. Trotzdem wurmt mich das so ein bisschen hier mit dem... Mit der Tatsache, dass wir den Motor nicht repariert kriegen. Ich muss gleich mal gucken, ob es irgendeine andere Werkstatt gibt oder sowas. Das kann ja nicht sein, dass ich das nicht reparieren kann und dann hier hänge und er mir die ganze Zeit sagt... Ja, und ich dann im schlimmsten Fall das Ding nicht mehr benutzen kann. Das wäre ja richtig, richtig kacke. Ja, aber sowas von. Okay, es geht dann auch schon weiter. Wunderbar. Also wir fahren jetzt nochmal in die Werkstatt. Unsere eigene, ne? Aber wir haben das ja da auch repariert. Hm. Status 100%. Wir sehen es, ne? Der Motor benötigt keine Reparatur. Das ist alles okay. Haben wir irgendwo noch was anderes? Was ist das? Metzger. Okay, nee. Doppellager. Hier ist eine Werkstatt. Na gut, aber ich fahre jetzt nicht hin. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das hier vorne müsste gleich fertig sein. Das hier vorne kommen. Ja, mal weg. Wieder ran. Schön viele leckere Paprika. Mal gucken, wie jetzt der Preis so ist. Vielleicht ein bisschen besser. Also was heißt vielleicht, dass eigentlich ist Paprika immer besser als Tomate? Vielleicht das andere dann auch auf Paprika setzen, ne? Aber guck mal, das sieht so aus, ob es geerntet werden kann. Hm. Was würde ich dann sogar selbst machen. Ja, das ist sogar ein guter Preis. Sehr schön. So, ich glaube, da muss ich noch holen. Vielleicht fahren wir danach dann doch mal zur Werkstatt. Ich glaube, da kommt noch das gleiche raus, wie hier auch. Ich glaube, da muss ich noch mal zur Verfügung stellen. Okay. Okay. So. Sehr gut. Sehr schön. Also momentan muss ich sagen, haben wir, glaube ich, das Ruder gut rumdrehen können und kommen hier so nach und nach auf den grünen Zweig, ne? Ja, wir nehmen jetzt durch die beiden Gewächshäuser ordentlich was ein. Also das ist ordentlich, das ist nicht mega viel, aber zumindest nehmen wir halt konstant was ein. Ähm, die Hühner müssten was anfangen, was abzuwerfen und die Hasen konnten wir ja auch schon verkaufen einmal, was Geld gebracht hat. Also, ja, echt in Ordnung. Jetzt zu früh abgewogen, ich will ja gucken hier wegen den Hasen, ob das jetzt hier schon die Alten sind oder nicht. Nee, noch nicht. Da sprüren wir ein bisschen vor. Ne, komm schon, wir sind fertig. Ah, dort wieder Ewigkeiten. Und er rödelt da hinten. Ah, ich brauche noch ein bisschen was mit den Eiern. Ja, so ein paar haben wir schon. Ich mache mal hier so ein bisschen langsamer und dann fahren wir erstmal die Eier weg. Ach, das ist denn... Wohin fahre ich die überhaupt? Töne mal ein Pestizidverkauf. Waschanlage. Kauft der... Kauft der das? Nee. Der kauft das. Ah, ja, siehst du, da müssen wir dann auch hin. Ja gut, wir machen den Wagen einmal voll. Und dann entsprechend, ähm, können wir ja dahin tingeln. Ah, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So. Naja, keine Panik. 30 Kartons. Ich muss dann gucken, was wir dafür kriegen. Wenn man liquid günstig, man selbst Eier am Laden kaufen kann, glaube ich nicht, dass es allzu viel sein wird. Na ja, immerhin. Für 30 Kartons ist das schon ganz schön viel. Hm. Ich glaube, so richtig abholen können wir das noch nicht. Ja, ja, ist noch ein bisschen früh dafür. So. Und jetzt immer noch keine alten Hasen. Verdammt. Ah, der braucht aber auch ganz schön lange, ne? Ah, so richtig fertig ist das auch noch nicht. Mistikack. Könnten wir eigentlich noch so ein, äh... Kaufe ich jetzt noch eins oder nicht? Weil ich jetzt gerade im Leben bin. Ähm. Ob ich... noch ein Feld kaufe. Hör. Beziehungsweise, warte mal. Ähm. 30.000, okay. Oh. Ja, bitte. Und dann verkaufe ich die kaputte Maschine. Das tue ich jetzt addern, glaube ich, ja. Bitte verkaufe. Ich habe nicht gesehen, dass wir auch was nun sonst kriegen. Ach, da sieht einer an. Ja, bitte. Ist ja geil. Und den auch. Boah. Ho, 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 ho. Wie, kann auch nicht sein, dass der Motor repariert werden muss. Ah, die Kera ist geil. Ja. Hammer. Supergute. Ach, und den auch. Wie viele Faktoren habe ich denn in der Mitte. Sehr geil. Ja, den können wir den kleinen auch gleich kaufen. Weil den brauchen wir ja für die Felder, genau. Ähm. Kann ich das denn eigentlich auch wieder verkaufen? Oh, eine Frage, ne? Gucken wir mal. Glaubst du hier auch einen, den wir sonst kriegen? Das hier, okay. Was ist der? Hm. Na, da war jetzt nichts dabei. Das haben wir schon. Ne, hier haben wir auch alles. Wahnsinn. Na, schon mal recht tief umfangreiches Sortiment, aber siehst du, ich werde mal gucken, ob ich den auch verkaufen kann. Ne, dafür kriege ich dann entsprechend nichts. Ja, dann kann man sie halt behalten. Dann verkaufen wir den anderen. Hm. Er ist auch kaputt, ne? Was ist denn da los? Vor der miese Bug. Super cool. So, und jetzt auch immer noch nicht. Oh, das dauert ja lange. Ne, ja gut. Ja, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns dann ja beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Mr. Zogger. Ja, ich verabschiede mich. Ja, ich verabschiede mich. Ja, ich verabschiede mich. Ja, ich verabschiede mich.